Endlich haben wir es geschafft! Liebe Gäste, wir sind angekommen in Brasilien und ich melde mich hier aus der Calypso Bar von Aida Cara. Das große Highlight für viele hier in Südamerika, Rio de Janeiro. Das hat schon angefangen mit einem ganz ganz tollen Einlaufen am Morgen und Rio hat uns mit bestem Wetterempfang. Und dann haben sich natürlich viele unserer Gäste aufgemacht, die Stadt zu erkunden. Jaco und Caro vom TV-Team, die haben für sie tolle Bilder von der Christestatue und vom Zuckerhut eingefangen. Es gefällt uns ganz ganz toll. Wir kommen gerade vom Zuckerhut, haben die schöne Aussicht über Copacabana genossen und freuen uns gleich auf die Jesus-Statue. Volles Wetter, guter Ausblick, also besser ganz eigentlich gar nicht mehr kommen. Jetzt haben wir den super Rundblick hier. Genau. Wir machen Fotos mit anderen 10.000. Wieder zurück an Bord haben wir gemeinsam den Abend ausklingen lassen auf dem Pooldeck. Diesmal mit einer Jamba-Gruppe aus Rio. Die hatten ganz ganz tolle Kostüme und tolle Auftritte und Tänze mitgebracht. Und das Auslaufen war natürlich auch ein Highlight. Gelderland. Iale Spтя bandit. Im Lip